hallo zu einer neue folge aus der sudküche wir sind heute wieder am ewo und heute ist richtig geiler da also mir an sonnenschein als rentnet die temperatur sind angenehm aber wer es gerade ewe bemerkt wird gerade feststelle dass ich die garage auslagen und im hintergrund kein depo steht dass die kamera rum ich muss euch das zeige aber wohlgemerkt so jetzt gehen wir mal zurück so hier steht er wohlgemerkt hinter sind noch kein dämpfer drin das heißt er tut hinten komplett aus hebe bis zum geht nämlich da müssen noch die dämpfer in dass er nicht so hoch kommt vorne geht normal noch ein bisschen mehr aber der druck verteilt sich jetzt weil ich komplett in leitung habe die aufs ganze auto geht so ich mache jetzt meine kamera doch hier das können wir so los geht man nur kurz an ob er hoch geht ein stückchen ja nur ein bisschen hin so hin ist ein bisschen blatt aber jetzt hat gehe ich hin und lassen wir ab jetzt kommt der moment und schon kommen die polizei viel zu tief erwacht meister hauskommissar so da geht noch was da geht noch was jetzt kommt er gerade runter warte da kommt noch was da geht noch was ich glaube der leider vom holzklätzchen auf ich finde ich holzklätzchen mal kurz raus so jetzt ich hab's holzklätzchen haus und das ich könnte mich jetzt so hin hocken und könnte mir ordentlich in der perle na das sage ich extra weil da gibt es so scheiß video wo ich immer als opelfahrer aufgezogen war wo vor hunderte jahren irgendeiner sich mal ein paar lampe kauf hat und hat gesagt dann könnte ich gerade noch einen drauf perlen wieso scheiß schwule angel eyes egal ich finde das kommt brutal geil das müsste man live siehe das ist das ist brutal oder alex was sage da alex ich muss jetzt nur rum weil ich will ja nicht nur vorne filmen so alex was sage total geil jetzt gucken wir das nächste ich stelle jetzt die kamera auf na guck mal auch das kleine gimmick was machen ob das passt hatte das ist schon das schon sexy das ist richtig sexy das ist fast aber ja die lip geht drunter nur ich muss immer gucken oder die stoßstangen ne der hängt denkt auf der trip auf der seite hängt der die von ich nehme das ist weil dort ganzes domlager ist und dort ist kaputt ne welcher das ist schon das ist sexy das ist sexy ich gehe natürlich noch gleich hier das ganze auto muss sauber machen alle ist das gut da guckt er das mal an legt mich am sack dann noch den kleine spoiler da hinten drauf ne der hoge da muss bleiben aber wir nehmen das jetzt mal auf nachhallen wir das mal dran dann gucken wir mal das gimmick ob das funktioniert genau die müssen wir da oben schneiden dass dann wenn da war nur so schick lieber das ist mit denn der schaden weil der fehl die form fehlt dann jetzt muss die normale nehmen aber abschneiden und dann wird ruf setzte das genau wenn er wenn er steht es ist schon mich ja ja das jetzt dass dort die die fällchen gekippt ist im sturz schon gute botte ist nicht eben der steht dahinter links im loch drin deswegen kann dass ich von ein bisschen hebe aber das ist gut der spoiler der was ernst zu ernst oder wenn jetzt noch so gucken sie ich den motor davon drin wir sind jetzt nur das auto aber ich hole mal ein bisschen hoch so wenn man jetzt mal guckt guck mal alex man sieht den motor da vorne drin der getriebehalter ist wieder dran das heißt so ist ja später montiert das schon geile ich finde opel hätten sie viel mehr mit hackantrieb bauen so wie ich eben gesagt habe ich gehe jetzt eben holen und putz das auto das sieht aus wie sauer aber ich will ja noch versuchen also es kommt jetzt nicht in dem video es gibt ein separates video ganz klebisch die kraft zu machen der alex ist schuld der sagt ich soll das machen aber ich das müsste man live sehen wie der live da steht das ist ja nicht wie ich stehe das ist ja schon abgelehnt das ist ja das ist ja wie wenn du die karosse auf der bodel ist und soll ich einfach ein paar fällchen nennen so sieht das hier aus ich werde mit der light kommt aber das passt so end zu end in diesem spoiler mit dem kompletten fest ohne mit der radläufe mit der felge passt genau alles die komplette optik da muss ich nur noch die von der brenzungsleuchterin mache die fehler habe ich auch im lagerleu das ist das ist es passt einfach alles aber das spoiler muss schwarz werden türgriffe schwarzglanz ja spoiler schwarzglanz aber türgriffe bleiben erste mal für das drehmoment wird der spoiler lackiert und dann müssen wir weiter gucken weil aber wenn jetzt das fahrwerk stimmt die bremst zu 80 prozent fertig ist ne quatsch 70 fehlen noch die sette zu 70 prozent fertig ist das ist noch viel arbeit an dem auto viel arbeit bis man nur auf der hänger fahren können wir haben nur eh vorteil wir müssen nichts mehr abschrauben und wir müssen gehölzer mehr unterlegen wir müssen noch luft drauf geben das ist zwar im moment so dass hinter die anschlüsse muss ich noch wechseln und dann gucke ich glaube von auf der fahrerseite verliert etwas luft ob das andere an der leitung ist an der verbindung wo das ist dass er luft verliert da muss ich mit dem leckzug sprechen muss ich mal angehen ich hoffe nicht dass der bald ist aber sagen wir fast drehmoment ist in ordnung oder beim burnout press ohne gehen das ist pure optik so ich mache jetzt pause später sind dann gleich noch wenn der gewicht ist carbon gibt es dann in einem anderen video so immer geputzt net poliert nichts einfach nur immer abgewaschen auf dem video also jetzt bei euch kommt die farbe halt richtig richtig geil rüber felger habe ich auch abgewächt was bleibt ist auf jeden fall die patina hier noch das ganze das wird nicht nur lackiert das bleibt weil dann habe ich vor fast zehn jahren habe ich dann genauso aufgebaut wie er jetzt hier steht und das komplette hier das ist die patina so wie das auto ist und die bleibt so das ähnliche was nur gearbeitet wird sind hin radläufe rechts wie links die will ich anpassen weil hier sieht man ja dass hierhin auch leid und hier vorne luft ist das heißt ich muss die hierhin heraus holen und hier ist mittlerweile riss drin und das spachtel das heißt es wird alles hier blank geschliff komplett der radlauf wird angepasst dann muss ich gucken dass ich das runde hier so über die tür mit sie dass es in saubere flucht gibt sehr wahrscheinlich bis hier ohne an das blech so bis hier ohne an das blech in saubere flucht sowie der radlauf ist sowie hin da vorne der abschluss der schweller und die tür die tür muss ich dann halt gucken wie ich das macht wichtig ist man halt dass ich die patina vom auto nicht kaputt macht das heißt wenn ich es nur lackiert wird hier das zwar nicht so ausgegliche sind wie das aber es wird der gleiche farbton sind dann muss ich mal gucken wie man das macht dass der ausgegliche ist weil hier sieht man so kleiner ticket dunkler ist er dann aber sehen hat er unterschied so der recht vom auto bleibt exakt so wie es ist genauso hier die patina die komplett die bleibt hier kommt ja die leicht drin die ich noch abgeschnitten der spoiler wird komplett schwarz lackiert in schwarzen glanz ich bin immer lehne die leichter komplett schwarz glanz lackiere zwischen lampe die lampe auf polieren die leichte von der stoßstange schwarz glanz lackieren die anhängerkupplung kommt ab wir fahren gehänger mehr die kommt ab aber der träger von der anhänger und bleibt weil dort kann ich die bäckchen super drunter stelle vorerst so weiter die leichte wird schwarz lackiert schwarz glanz radlauf habe ich ja gesagt vor zehn jahren habe ich das auto gebaut zwei jahr gefahr wind und wetter und dann nicht geputzt und einfach abgestellt die letzte acht jahr das sieht man halt unterschied was ich sage vom radlauf der radlauf die kant die ist exakt gleich doch falls er klebt bis hin und vorne aber das ist nicht schlimm die bleibt so nur die form hier das schräge und dass das war ich wollte dass das die tür original bleibt aber das wird jetzt geändert das richtig geil wird und vielleicht durch standarte kotflügel hinter der radlauf kleb bisschen ganz lebens hier raus holen und noch spurplatte drauf machen was aber schwierig ist weil hier ist jetzt die felsch in gekippt das w ist da auf der seite tiefer und leite hier oben drüber liegt genau hier die feld also der radlauf leitofen gummi auf und hier ist eine inne gekippt und geht hier an der kante vorbei wenn ich jetzt hin und noch breiter gehe muss ich vorne auch breiter und mein probleme an der vorderachs ist hier hinten platz und vorne der platz aber wenn es mir auf das sagt geht wird einfach vorne der rahmen geändert also was von der achse nach vorne läuft mit dem rad in bau und genauso hinten das stückchen da ist ja noch genug platz im fuß bein bereich in der drin ist auch nicht schlimm und hier sieht man schon bremssattel bremssattel träger hier hinten sieht man hachsschenkel federbein also es wird komplett bunt wo das doch kalt mal aber nicht so ist nicht gut da muss ich mal was überlegen ich glaube da muss ich das fetterbein umlackieren das ist gelb und gold das darf so nicht sind das muss eine andere farbe hier habe ich damals aus der original stoßstange das angepasst ich finde das kommt richtig geil so hier ist noch original 2000 habe ich nicht geändert weil der aufsatz ich finde nirgends ganzer komplett 2000 ansatz hier ohne drunter wo tipptopp in ordnung ist das will ich das nicht ändern weil das wäre schon geil wenn das hier mit abschließen wird aber das kommt und jetzt kommt natürlich das geile der motorraum ist natürlich in der ecke überall noch dreckig schon angefangen klebt bis hier oben sauber zu machen die kante hier hier die kante die scheib und so weiter aber das ist so viel arbeit und für das drehmoment ist mir das grad egal ja aber die optik kommt schon geil wenn der motor da drin hängt da fehlt halt das graue das muss ich noch auf der kotfischen lackieren dass das passt das will ich unbedingt an das drehmoment weiß ich nicht ob das klappt aber hier sieht man es besser die farbgestaltung also mit dem tarnmuster ich muss sagen habe ich mich doch echt damals selbst übertroff das bleibt so das ist ich finde es geil ich finde es geil im hintergrund sieht man es das ist heute der aktuelle stand vom evo ich finde ich kann es nur tausend noch sagen opel headset hackantrieb bei der bau das sieht so geil aus wenn der motor links in den autos drin ist aber ja das war es von halten im evo namen vater da geht es weiter dann geht es an die bremsanlage da muss ich gucken dass ich alles bei sammeln ich glaube vorher gehe ich hier und du die kühlerhalterung baue die wasser schläufe alles mache weil dann hammer theoretisch dass er der burnout machen kann nur noch der auspuff kadern will und bremsanlag so bremsanlagen muss ich gucken habe ich alles dort ganz blick vorne messerin die zweite bremssattel muss noch lackiert wäre gepulvert wäre dann kommt er hin mit neue bremsschläufe dann müssen die bremsleitungen noch nicht so wenn angeschlossen dann geht es nur hin dann muss ich in der gucke brauche ich noch ein zweiter 35er sattel vom kalibra das muss ich noch gucken wo ich habe ich habe nicht gefunden oder wo ich in der herkriege ja was noch zu machen keine ahnung das war es von heute wenn es euch gefallen hat das teile like abonnieren der vergesse und wir sehen nächste video bis dahin bis dahin